Das ist meine Waffe! Badass Reparaturbot! Badass Loader, War Loader! Hab ich vielleicht mehr Glück. Nee, ich bin tot. Scheiße, egal, du hast noch von meinen Granaten ein bisschen gehalten. Tja. Das dazu? Ich versuche mal ein bisschen zu snipen von denen wieder. Viele von Hyperion danken für ihre Anstrengungen, uns zu besiegen. Ihre zahlreichen Tode während ihres Rachefeldzugs haben uns beträchtliche Profite eingetragen. Geil. Also was geht denn mit der Tür ab? Auf, zu! Das ist Black Drap. Auf, zu! Ach so. Verstärkung erschöpft. Wir haben es geschafft, einige Schütze am lieben zu halten. Ja. Aber auch gerade soeben das Recht, das eine. So, ganz kurz. Wir haben geschafft unser Tag! Jack sagt, er könnte uns mit einer Tür aufhalten! Ha! Ich wurde erschaffen und töten! Jetzt ist er gerade mit dem Röpfen dahin! Und wir müssen wir aufhalten, unser Tag! Gemeinsam werden wir... Wir kommen schon so ein Riesenvieh raus und nun krank gekillten. Ich werde ihn zum Jack mit großen Enten töten! Ich werde Stufen! Ich werde Stufen! Oh! 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 Ich werde ihn am Rand da hochfahren! Brauchen ihn doch noch nur hinstellen! Er kann ihn da hochfahren! Du musst ohne nicht weiter wachen! Mach deinem Geweger alle Ehren! Mach den! Stufen! Nein! Wie geil ist das denn? Heroes Pass! Außer Stubschlägen und Explosionen! Oh! Bei mir wird gerade, glaube ich, eine deiner Waffen angezeigt, der diese mit Unendlich! Hm? Muni! Woher wusstest du, dass das meine einzige Schwachstelle ist? Der Schlüssel ist bald aufgeladen! Wehe, sie zeigen den Scheiß-Krieger nicht kotzig! Doch, den müssen... Ganz ehrlich! Im ersten Teil auch die Kammer nicht wirklich geöffnet! Da kam einfach nur unter Tage viel raus! Ja, da gab es ja auch keine Richtige Kammer! Oh, hier ist ein Wolltel wohl! Alter, ich hänge hier in der Ecke fest am Arsch! Gibt's da was Gutes? Eins und zwei! Wenn du mal denkst, dann denk an Markus Munition! Rebel Rized! Blablabla Singulary! Mach natürlich wesentlich mehr, aber meine Longboat Transfusion sind einfach zu fett! Wenn du das nächste Mal am Verbluten bist! Die sind einfach zu fett! Gut! Ich hab alles voll! Kann ich noch was verkaufen? Verkaufen! 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 In den Behälter dort unten! Blablabla Singulary! Ja, dran, Leald! Ne! Ne! Die behalte ich nochmal! Ne! Das ist an sich auch ganz cool, die SMG! Ne? Mit Elektroscharen behalte ich nochmal… Schrotflinte! Verkaufe 750 Objekte Ich habe schon 600 verkauft Ich probiere mal die Elektro-SMG aus Habe ich jetzt Säure, Elektro Und Explosiv Hallo, können wir? Guardians Leg Keep Headshot Alter, Bulle, oder? Ja, ich könnte Hilfe brauchen Den Fisch dir neben dir und hinter dir Und, und fuck, ich wurde weggedrückt Alter, die machen hier ganz anständig Schaden, ne? Nein Jetzt ist er Egal, den hier kriege ich Den hier kriege ich Den hier kriege ich Kriege ich Mit meiner Waffe Ins Gesicht gedrückt Alter, ich mach 1000 Schaden Mit meiner Elektro-SMG Das ist nicht schlecht Nicht schlecht Bist du schon wieder im Leben? Ja Nein Ich mach mich unsichtbar Nein Voll daneben geknüllt Na Brennst du schön? Bitch Hier ist schön die Waffe Ich bin unsichtbar Ich bin unsichtbar Inmitten erschraubt Bald Das ist voll geil Das ist voll geil Wenn zwei Gegner hintereinander sind Manche durchschlagen Dann schaden Deswegen kann ich beide gleichzeitig Ich hab's schon Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Wow Leck Zack No-Scope hier Wow Frechheit Ja Na Ja, Säure hilft da natürlich herzlich wenig. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Was hat denn der für eine Waffe, bitte? Das ist einfach ein Gewehr. Okay, der ist ein Level über uns. Stimmt, aber trotzdem. Iridium, yay. Gut. Jakobs. Finde Jack, bring es zu Ende. Das Ding, da lang. Ja. Da lang, johu. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht, ja. Oh fuck, oh fuck. Nein, leider nicht. Schaffe ich nicht. Alter, wie viel da, ja, sorry. Oh fuck, das war ein Kopfschluss. Sonst wäre ich im Zug gewesen. Oh nein, die sterben nie. Geile Sache. So, wo geht's hier weiter? Da, 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 da. Ich glaub, da wäre ich zu einer Ecke. Da ist noch was. Das. Ja, warte mal. Da, da, da. Irgendwo eigentlich. Wird das denn, ne? Und meine Feusten sind unregend. Gehen wir. Hä? Alter, Schwede, wo führten das ganz hin? Da hin. Zack. So, und jetzt, zurückgehen. Warte, da irgendwas. Ja, da waren noch Waffenkisten und so. Die waren nur geschützt. Und jetzt musste ich bis da eben hinlaufen, um die zu deaktivieren. Ja. Aber hoffentlich hat sich's gelohnt. Weil ich glaub, das waren mehr als eine. Oder zumindest Munitionskisten waren da mitfahren. Und so. Guck ich mir mal kurz an, wenn da was Gutes drin ist. Sag ich dir Bescheid. Wenn nicht, auch egal. Nehmen wir doch nur eine. So, noch nicht reingucken. Und... Äh... Hm. Ganz ehrlich. Zack. Die ist viel besser. Nice. Waren zwei Sniper drin, die beide besser waren als meine. Also wie viel haben die? Ähm. Auch 1200 haben nicht viel mehr, aber auch alle anderen, alle, aber alle Werte sind besser. Also auch die anderen. Das war für Bloodwing. Da will ich auch noch ein paar Flicks machen für. Für Bloodwing. Oh, er wiederholt sich. Wie kommen wir rüber? Spring? Hm? Ja, spring. Gut zu wissen. Wenn ich gestorben wäre, wär's bestimmt nicht hinterher gekommen. Nee. Das schafft er. Ich bin dann mal weg. Achso, du bist ja am Verrecken, ne? Warte. Und du bist geslackt, so wie es aussieht. Ich stehst hier in der Suppe rum. Das ist für Roland. Alter, wieder so ein kleiner Neck hier. Scheiße, das war kein Headshot. Oh. Oh. Cool. So, wo geht's weiter, Brick? Da lang. So, ist ja einfach. Ah, scheiße, jetzt hab ich doch daneben gehauen. Alter, jetzt ist das Burst-Modus. Wat? Feuerstoß während des Zooms. Alles klar, dann kommt die andere. Wiedersehen. Na? Oh. Scheiße. Egal. Was? Nee, nee. Ich hab hier nur gerade... Ups. Jetzt bin ich da runtergefallen. Egal, dann hocke ich mich hier ne Runde hin. Alter Schwede, die hat aber ne ganz schöne Feuerrad und da ist mit so viel Schaden. Holy shit. Schlecht. Wow. 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 What? Die Geschützerfeuerhafen, ey. Ach du Scheiße. Ich bin hier. Ja, ich bin... Ich bin außenrum, um schießen zu können. Halt durch! Oh geil, hast du's doch noch geschafft. Ja, da war ein bades Idee, deswegen bin ich nicht ganz hell. Oh, ja, das ist natürlich... Granaten! Ich tu, was ich kann. Ich snipe aber die... Da. Na fuck, man. Schaffst du's? Schaffst du's? Ist gar nix. Komme. Ich komme. Oh, das wird wirklich knapp. Nein, das wird so gut. Ich bin gut. Nein! Wie scheiße war das denn, ey? Nein. Alter, die Geschütze gehen mir ein bisschen auf den Sack, muss ich ja sagen. Und ich hab keine... Oh, kommt schon. Könnt' mir mal die Eier knuschen. Oh, ich hab notion. Oh, ich hab keine Eier knuschen. Das war die Tauntung. Ich hab ... Oh, ich hab keine Eier knuschen. Ich hab keine Eier knuschen. Ich hab keinen Eier knuschen. Das ist ja, ich hab keine Eier knuschen. war alter die beiden geschütze gehen mir ein bisschen auf den sack